Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Walking Dead. In der letzten Episode gab es richtige heftige Sekunden, die wir erlebt haben, wo ich einfach schockiert war. Richtig hardcore schockiert. Wir haben Lilly auf die Straße gesetzt, wir wurden von Banditen überfallen, haben da ein paar gekillt. Allerdings haben wir Carly verloren, weil Lilly sie abgeknallt hat. Darum haben wir Lilly weggeschickt. Warum Lilly das getan hat, ich weiß es nicht. So verzweifelt kann man nicht sein, aber die ist so total stabil gewesen. Ob sie als Anführerin so getaucht hätte, ich weiß es nicht. Wir werden aber jetzt in die Fortsetzung gehen. Wir sitzen nämlich jetzt im Wohnmobil Richtung Küste. Oh, shit. Ich glaube, das fanden die gerade gar nicht witzig. Mal schauen, was sie uns zu erzählen haben. Ach du Scheiße. Was heißt? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter, und ich dachte, das mit Carly wäre jetzt schon krass gewesen. Duck gebissen. Ach du Scheiße. Duck gebissen. Huh? Er wurde mit einem Walken versucht, um zu erinnern zu dem Motel. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Was für Carly? Es gab keine Zeit für eine Verwaltung. Ja, schrecklich. Ich bin glücklich, dass ich dich haben. Ich auch. Ich hörte dich außerhalb meiner Trehe auf dem Tag, und dachte mir, dass du ein Hammer auf deine Kopf hast. Was? Warum? In case you were up to no good. Before you, there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV, and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. He was dumb. What? What happened? Is this not? Get off of me. No, 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 no. We've got something up ahead. Alter, spielend macht was mit mir nicht. Ich hätte fast meine Maus weggeworfen. Oh, nee. Wie willst du den Zug wegbewegen? Ich muss das wegmachen. Das ist mein Wurzestandbild. Sorry. Ja, also Fuß. Wohnmobiles sind wir sicher. Das ist ein Wurzestandbild. All diese Brüche wird nichts von uns aufzunehmen. Warum nicht du und ich gehen nach vorne? Ja, alle anderen relaxen. Clem, bleiben Sie nahe zu Kenny und Kat, okay? Lee, wenn du etwas zu essen hast, wenn du ein Auto zu essen hast, er hält sich aber auch ziemlich ziemlich komisch wir müssen mit ihr reden was du bist? nicht das wieder war es? nein ok dann was hast du mit Lilly? ich weiß nicht, sie hat sie? ich habe nie gesehen, dass jemand jemand so zu töten du hast ein paar andere Sachen ja, aber nicht so du bist glücklich, dass du mit uns mit uns ja wirklich? es ist mit euch, die wir sterben ich hätte sterben da draußen so wie meine Klasse du denkst, dass das besser ist? ja, natürlich natürlich irgendwie glaube ich dem nicht oh, mal hinten rein hier hat doch jemand genächtigt wo wo jemand hat hier ja, Mann shit denkst du sie sind? ich hoffe so aber das sieht schon ausreichend ist ich bin ich bin auf der du 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 vin du Oh, muss ich rein? Ich glaube nicht, dass wir den Zug zum Laufen kriegen werden. We got one. Walker. Sitting in the chair. We got him. I suppose we ought to look him over. Yeah. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This horse will take us right to Savannah. A hundred tons of steel. Put a thousand walkers between us and the ocean and we don't have to give a shit. I can't believe it. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and duck, I'd appreciate it. I won't make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Hmm. A notizblock. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn. Pages ago. I can kinda see the indentations from the writing. ... Oh, der arme Lokführer. Er hat ein Fach. A bunch of maps about Georgia City. George has nothing about the train. ... Wird jetzt so schade. Wir wissen zu Clementine. Wenn sie... Ah, wenn sie es mitgenommen hat. Wenn sie es mitgenommen habt, dann können wir es durchpausen. Äh... Boah, ja. Buh, ja. Ich weiß. Ich weiß, ich nicht. Aber du hast wahrscheinlich recht. Es ist ein Notepad auf dem Trennen. Hast du einen Pencil oder was in deinem Pack? Nein, ich wünsche. Vielleicht in der RV. Was für welche? Es gab ein Notepad auf dem Notepad, die ich muss wissen. Okay, einen Stift im Wohnmobil suchen. Dürft ja nicht so schwer sein, einen Stift zu finden. Stimmt hier vorne am Steuerpult, oder? Ja. Das ist zu einfach. So. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. 6, 5, 9, 9. Ich werde das mitnehmen. Habe ich das schon gar nicht gemerkt. Da bin ich, obwohl, das wird ja wohl sich wahrscheinlich mehr, die 6, 2 mal unten, 2 mal oben, oben, unten, oben. Das war so, oder? Ähm. Äh? 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 Wieso komm ich nicht an die 5? Äh? 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 Mensch! Das ist ja... Das war mal gleich das... Gedrückt! Mensch! 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 Hm... Du wirst... Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. so far so gut oder fünf war es gedreht und wir haben wir tagen ja nur haben wir die neuen beide aber nach links und nach rechts wir können ja nur hier und der hier Ja, hier wird es aber schon der letzte. Ja, und der hier. Mitnehmen wollen wir nicht. Ja, das ist glaube ich als Multitool und als Zange interessant. Ja, das ist ja nicht. Ja, das ist ja nicht. Ja, das ist ja nicht. Was ist das? Hast du nicht gehört, Kat? Wir wissen nichts, Lee. Wir freuen uns das. Mama, schauen wir, ob sie sich bewegt. Es ist alles deine. Verdammt! Natürlich, wir sind noch enttäuscht. Könntest du herausfinden, wo wir befinden sind und uns nicht befinden? Ja. Und was machst du, außer Raum sitzen? Tja. Kann ich auf die andere Seite gehen? Geht das? Geht das? Es wurde verletzt. Da. Hey Kenny, wir sind verletzt! Oh shit. Oh shit. Ich habe die Karte, aber ich habe das. Ja. Ich hab sie auf die Tränen. Das ist gut, du kannst es haben. Wirklich? Ja, ich habe sie alle hier oben. Ich glaube, es ist nicht schlimmer für wo. Name ist Chuck, Charles, wenn du möchtest. Lee. Ist das deine Crew outside? Ja. Und der Typ in der Kabel. Er auch. Ich sehe dich durch hier. Ich dachte, dass du dich schraubst. Was? Ja, aber ich kann mich nicht mehr schraubst. Es ist immer noch ein bisschen schraubst. Die Tränen machen das. Ich habe schon alle von draußen kennengelernt. Sie haben mich immer schnell in der Sonne. Du kennst Chuck? Ja, ich habe. Es ist so schön, zu treffen jemanden normalerweise für eine Veränderung. Sie hat mich ein Kabel gemacht. Sie hat sich zu dem Essen her. Sie hat sich mit ihnen verhaltengen. Er hat mich hier angegelt. Sie hat uns einen Kabel gemacht. Sie hat mit einem neuen Kabel gemacht. Sie hat einen Kabel gemacht. Sie wollen Sie. Sie lieben. Sie sind es, aber eine junge Rolle. Ich bin sehr entschuldig, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Ich empfiehlt deine Frage. Na ja, mit einem kleinen TLC, ich bin sicher, dass er so fit ist wie ein Fiddle in kein Zeitpunkt. Und ich kann euch allen was, was ich habe, obwohl es nicht viel ist. Danke, wir wollen das gleiche machen. Warum nicht wir auf den... Bleib mit uns, wir wollen die Firma. Ein Mann mehr. Nachdem wir zwei verloren haben. Oh, Clementine. Das Kandyschuk gab dir. Tastes okay? Es war wirklich gut. Kein lustiger nachzudenken? Nein. Der Train ist cool, oder? Ich glaube. Es war so. 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 da waren wir mal mit unseren neuen Mitgliedern mit. Warum ist er allein? Das ist die wichtigste. Das ist jetzt nicht so eine spannende Folge. Oh. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. You want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes then? I haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. We can keep going if you want. Damn right I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. ... ... naja irgendwann muss ich keine tatsachen stellen dass ein sohn sterben wird da war eigentlich eine richtige nervensäge die eigentlich nichts sinnvolles macht außer zu nerven hilfreich war er nicht naja hätte es auch werden können wenn er gleich älter geworden wäre bleibt also ja auch überhaupt nicht hilfsbereit oder nützlich ist nicht nützlich also wie die anderen aber sind das sehen wir in der nächsten folge bei the walking dead wie hättet ihr euch entschieden oder was hättet ihr gemacht hättet ihr mehr druck auf dac ausgeübt oder für kenny oder katja wegen dac ausgeübt schreibt es in die kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn er bock hat wenn es wieder heißt und hat reise the walking dead und ihre note und und